Kirchenumbau bei modernem Gutswechsel Spricht der Polier. »Nu, bloß noch das eine, Herr Schulze. Wohin mit die Leichensteine? Die meisten, wenn recht ich gelesen habe, waren alte Nonnen aus Heiligengrabe.« »Und Ritter?« »Nu, Ritter, ein Stücker sieben. Ich habe ihre Namens aufgeschrieben. Bloß, wo sie gestanden, da sind ja nur Löcher. Ein Bredow, ein Ribbeck, zwei Rohr, drei Kröcher. Wo sollen wir mit hin? Wo soll ich sie stellen?« »Stellen? Nur gar nicht. Das gibt gute Schwellen. Schwellen für Stall und Stuterei. Da freuen sich die Junkers noch dabei.« »Und denn, Herr Schulze, dicht überm Altar, noch so was vergoldigt Katholisches war. Maria mit Christkind. Es war doch ein Jammer.« »Versteht sich. In die Rumpelkammer.« Kirchenumbau bei modernem Gutswechsel. Unter einem modernen Gutswechsel in Brandenburg versteht Fontane einen, der ein Rittergut alten märkischen Adels in neu reiches Bürgertum übergehen lässt. Zum Gut gehört eine Kirche, die nun umgebaut wird. Der Polier, also der Baustellenleiter, hätte da eine Frage. Spricht der Polier, nur bloß noch das eine, Herr Schulze, wohin mit die Leichensteine? Mit dem Namen Schulze wird uns ein geschichts- und traditionsloser Mensch bürgerlichen Standes vorgestellt, der, wohl als industrieller zu Reichtum gekommen, das gut erwerben konnte. Die alteingesessenen märkischen Ritter, also alles an Adeligen, was nicht Graf oder Herzog oder dergleichen war, konnten mit den Erträgen aus dem Großgrundbesitz nicht mehr durchgehend mithalten. Die meisten, wenn recht ich gelesen habe, waren alte Nonnen aus Heiligengrabe. Vielleicht handelt es sich hier um Nonnen, die nach der Auflösung ihres Klosters durch Napoleon Zuflucht fanden, bemerkenswert in protestantischem Gebiet. Es handelt sich durchgehend um namhafte Adelsgeschlechter, die einiges an Schlössern in Brandenburg hinterlassen haben. Wo sollen wir mit hin? Wo soll ich sie stellen? Stellen nun gar nicht, das gibt gute Schwellen. Schwellen für Stall und Stuterei, da freuen sich die Junkers noch dabei. Junker ist die Bezeichnung für einen märkischen Großgrundbesitzer, der so gut wie immer auch adelig war. Für sie hat Herr Schulze nichts an würdigem Gedenken, sondern nur Spott übrig. Ihrer Leidenschaft für Pferde dürfen sie als Türschwellen am Stall nachgehen. So sozialkritisch Fontane auch war, letztlich war ihm der Adel immer noch lieber und würdiger erschienen als die Bourgeoisie, die sich oft genug nur zu einer geschmacklosen Adelsimitation hinreißen ließ, wie es Fontane auch im Roman »Frau Jenny Treibel« darstellte. Und denn, Herr Schulze, dicht überm Altar noch so was vergoldigt Kartollisches war, Maria mit Christkind, es war doch ein Jammer, versteht sich, in die Rumpelkammer. Der Bürger kennt eben keine Tradition oder Geschichte, wobei noch von Interesse ist, dass es was Katholisches war, denn Brandenburg war ja protestantisch, so sehr Fontane die katholische Kirche als Institution verspottete, ohne dass deswegen die Lutheranische ihm in ihrer Scheinheiligkeit besonders lieb gewesen wäre. Er empfand offenbar wenigstens bei den Katholiken selbst wohl eher die Herzenswärme, die der Protestantismus vermissen ließ. Zumindest kann man dies durchaus in der Gegenüberstellung der beiden Haushälterinnen im Roman »Effi Priest« vermuten, in der die katholische Roswitha die wegen Ehebruchs verstoßene Effi begleitet und tröstet, wohingegen die protestantische Johanna ganz auf der Seite der richtenden Gesellschaft steht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020